Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Multiplayer vs. in dem je zwei Leute aus unserem Team... Oh, jetzt war es den Ball berührt! Äh, irgendein Spiel gegeneinander spielen und letzte Folge hatten David und ich Minecraft Superjump gespielt und da hat einer von uns beiden einen Punkt geholt. Ich sag jetzt nicht wer, seht ihr eh am Ende. Denn ihr müsst euch die Folge nochmal angucken, wenn ihr das wissen wollt. Yay! Und es geht jetzt weiter. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal was anderes. Und zwar spielen wir... Äh, Blobby Volley, so, das war der Name. Äh, jetzt, äh, musste ich kurz nachdenken. Äh, äh, ich würd sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an, oder? Oder willst du mir noch was von dir geben? Nein. Alles klar. Oh Gott. Ja, ich hasse 100%. Äh, ja, genau. Wir machen drei Runden. Jetzt... Jetzt gerade spielen wir bei 100%. Alter, war das schlecht. Äh, und wir werden dann mit der Geschwindigkeit, äh, immer höher gehen. Aber kacke es. Och, nö, nicht ich. Alter. Nein. Oh, das war richtig schlecht. Alter, wieso bin ich jetzt so schlecht, Alter? Immer sobald wir Multiplayer vs. starten... Was hast du vorher auch schon verloren. Ja, aber knapper. Ich hab wenigstens Punkte gemacht. Das war voll ausgeglichen eben. Ja, sicherlich. Ach ja, Blobby Volley. Ich hasse es. So haben wir das Wort ausgewählt. Und ver... Am Arsch. Oh, danke. Oh nein, ich bin zu dumm, Alter. Oh, das gibt es nicht. Oh, oh. Oh, scheiße. Die ist mein NICHTiger. Aber das war schlecht. Okay, geht so. Und auch mal... Nein! Ich weiß nur, dass man da oben ist. Oh, nein. Ja, sicherlich! Ist klar, Alter! Oh, boah, ich hasse dich. Nein, was mach ich denn? Ich hasse dich gerade ein bisschen. Immer nur ein bisschen. Ja, boah, das gibt es nicht. Wundervoll. Ich wollte mich eigentlich XX Pussy Destroyer XX nennen. Aber... Das Namensfeld ist nicht groß genug. Tja, ist natürlich dumm gelaufen. Ja! Ich hole auf! Ja, 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 ja! LOL! Ja! Verarscht! Haben wir nicht von der Ton? Hä? LOL! Ich fragte dich. Verkacken! Das finde ich gut! Och, das gibt es nicht. Verkacken! Das finde ich gut! Ja, finde ich auch gut, wenn du so verkackst. Also, ich nicht, wenn ich für kacke. Ja! Ja! Alter! Ah ja, Bithel's Free haben wir ja gesagt. Habe ich gesagt, ja. Nein! Och, nö, das gibt es nicht. Och, nö! Och, nö, holt er wieder auf! Nein! Oh! Zwei Punkte noch, Digga. Ich muss das holen. Ich will nicht am Anfang schon hinten liegen. Nein! Oh! Komm, verkacken! David, willst du es auch? Ja, 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 ja! Da steht's Digga, wir haben won the game. Eins zu jull für mich. Ah, ist das gerade schön. Äh, und wir sind wieder da mit 130% und ich liege 1-0 vorne und das finde ich sehr angenehm, denn, ja, jetzt bin ich nicht so angespannt und habe zuzahlen. Und... Ja, sehr schön. Boah, das gibt's nicht. Lol, oh mein Gott, wie verkack ich das so. Da suchen wir doch nochmal her. Och, nö! Ja! 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 Lol! Och, nö! Oh, ist das kacke, Alter! Ja! Alter! Alter! Oh nein! Und das verkack ich doch noch! Das gibt's doch nicht! Boah! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Och, nö! Nein! Ja, nein! Hahaha! Komm, komm, komm! Ja, sicherlich! Ja! Natürlich! Ach, nö, Alter! Nein! 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 Oh, scheiße! Oh, ich hoffe! Ich habe gerade weggeguckt, du Spacko. Ja, das weiß ich ja auch. Ja, das musst du wissen. Das musst du erahnen. Och, ist das schlecht. Nein, was mache ich denn? Nein, nein, das rät sich doch selbst gefangen. Nicht verkacken, Ganesha. Nicht verkacken, nein. Scheiße. Nein, nein, was mache ich denn? Nein, ja, nein. Oh, nein. Oh, man hat knapp, Alter. Oh, gerade im Finale. Und weiter geht es mit 200%. Und das ist voll das Finale. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich den Punkt jetzt auch nochmal hol. Aber nein, äh, ja, Matchball. Ja. Das ist natürlich sehr schön, dass ich Anstoß. Nein. Anstoß hatte. Nein. Nein. Nein, was war ich denn? Es ist einfach. Es geht gar nicht. Ja. Oh, oh, nein. 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 Oh, erst mal ich dich hinsetzen. Moment. So. Oh, nö, Alter. Gott sei Dank hast du nicht richtig Keks, muss ich sagen. Ja. Ach, scheiße. Ja, gut, das ist so gewandelt. Das kann ich nicht mehr aufholen. Scheiße. Das war tatsächlich eine schnelle Runde. Das war eine scheiß schnelle Runde. Also ich fand es gut. Äh, ich nicht. Ach, nicht. Nur weil du so schlecht warst. Ja, zu 100%. Du. Ich wund's nicht so gefühlt, wenn das so langsam ist. Ja, 100 ist ja auch wirklich lang zu 130 war cool. Ne, das fand ich tatsächlich nicht so cool. Ja, weil du da nicht genauer hast. Eben. Ja, ich wund's sagen, das war eine schnelle Runde. Es steht somit 1 zu 1 in der Gesamtwertung. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschau.